In diesem Film lernen Sie, wie Sie den im Diagramm dargestellten Datenbereich vergrößern bzw. verkleinern können. Sobald Sie auf ein Diagramm klicken, markiert Excel die Tabellenbereiche, die im Diagramm dargestellt werden. Wie Sie sehen, zeigt dieses Diagramm nur einen Teil der Tabelle. Zeile 4 und Spalte I fehlen. Um den Bereich zu ändern, zeigen Sie auf die rechte untere Ecke des Datenbereichs und ziehen mit der Maus. Untertitelung des ZDF, 2020